Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmizi YouTube Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr eine solche Nackenversäuberung für T-Shirts oder auch Pullover nachträglich annähen könnt. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Weitere Videos und Nähanleitung zum anschauen und auch nachmachen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. So, zunächst einmal nehmen wir unser Maßband und messen die Länge des Halsausschnittes aus. Und zwar messen wir hier von der einen Schulternaht bis zur anderen Schulternaht. So, das entspricht jetzt bei mir ungefähr 28 cm. Diese 28 cm nehmt ihr am Plus 3 cm für die Nahtzugabe. Ihr müsst also einen Stoffstreifen zuschneiden, der in meinem Beispiel jetzt eine Länge von 31 cm hat und eine Höhe von 4 cm. So, ich habe hier meinen Streifen bereits zugeschnitten. Der hat wie gesagt eine Länge von 31 cm und eine Höhe von 4 cm. So, jetzt mache ich folgendes und zwar klappe ich meinen Ausschnitt etwas nach außen. Dann nehme ich mir meinen Versäuberungsstreifen und klappe die Enden jeweils 1,5 cm ein und lege diesen rechts auf rechts auf meinen Halsausschnitt und fixiere das Ganze einmal mit Stecknadeln. Am anderen Ende angekommen, klappe ich mir die Nahtzugabe wieder um die 1,5 cm ein und fixe ich das Ganze wieder mit einer Stecknadel. Im Anschluss nähe ich das Ganze mit einer Nahtzugabe von 1 cm an. Ich mache das hier mit meiner normalen Nähmaschine. Ihr könnt aber auch gern die Overlock hierfür nähen. So sieht das Ganze dann angenäht aus. Ihr solltet mit dieser Naht die vorherige obere Naht überdecken. So, jetzt klappen wir die Nahtzugabe nach unten, den Streifen bis zur Mitte ein und dieser wird dann nochmal rumgeklappt. Und das Ganze wird dann wieder mit Stecknadeln fixiert. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollte euer Versäuberungsstreifen die vorherige Naht überdecken. Wir nähen nun hier knappkantig mit einem geraden Stich entlang. Und dann sind wir auch schon fertig. Der Versäuberungsstreifen ist nun angenäht. Dadurch wirkt das genähte Stück doch gleich viel professioneller. Falls euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Video. Eure Stoff Mieze. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020